Ein Tag bei den Eisforschern von Ruben und Malte Gottschalk. Hey, schau mal, was wir haben, Luke. Ein Eiskristall. Wow, das ist ja super. Such bitte noch mehr. Okay. Hey, komm, wir suchen mehr Eiskristalle. Okay, rein da, Husky. Los geht's. Warte, ich steig noch ein. Okay. Los geht's. Kommt ja auch noch mit. Aber natürlich. Los geht's. Oh, was hast du denn da gefunden? Fein, Husky. Hey, könnt ihr den Eiskristall rausziehen? Ja, mach ich. Das Ding ist draußen. Okay, ich bring's am besten gleich dem Forscher. Oh, was bringst du denn da? Eiskristall. Ich guck ihn mir mal an. Ab nach Hause. Ich komme. Achtung, Rocky. Hey, das fliegt ein bisschen. Ich halte euch schnell. Oh, ich staunen müssen, das ist aber hier. Okay, ich bin da. Gab ich Turbulenzen? Ja, ja. Aber wir brauchen einen Hubschrauber. Okay, ich rufe ihn an. Ja, ich komme. Super. Los, noch der eine. Ja. Ja. Okay. Ab nach Hause. So, gleich kann ich schlafen. Ja. Oh, gleich kann ich schlafen. Bitte. Ich bin nachschlafen. Hey, meine Hüsten. Hey, bleib stehen. Hey, bleib stehen.